Hallo! Hochschulen dienen der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften durch Forschung und Lehre. Hier entsteht neues Wissen. Wer aber nur vorgibt, etwas selbst herausgefunden oder geschrieben zu haben, in Wahrheit aber nur bereits Vorhandenes kopiert, begeht die schlimmste aller wissenschaftlichen Verfehlungen. Ein Plagiat. Plagiat bedeutet wörtlich übersetzt Diebstahl von geistigem Eigentum. Dies kann sich auf die Übernahme fremder Texte, Argumente, Erklärungen, Fakten, Interpretationen und Entdeckungen beziehen. Wer also fremde Quellen nicht ordnungsgemäß angibt und beim Plagiieren erwischt wird, dem können sehr empfindliche Strafen drohen, bis hin zum Verweis von der Hochschule. Damit verliert man das Recht, in seinem Fach einen Abschluss zu machen. Deshalb gilt, immer alle Quellen angeben und im Zweifel noch einmal bei der Hochschule nachfragen. Jede Form des Plagiats ist in Deutschland ein schwerwiegender Verstoß gegen die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis. In der Vergangenheit hat das sogar prominente deutsche Politiker ihren Job gekostet.